Bei reden. Also, ich kenne doch die ganze Zeit so... Machen wir einfach mal, dann wissen wir, wie sich das aufgespeedet anhört. Ich darf jetzt so viel Scheiße reden, wie ich möchte, weil das sich ja für tausendmal so schnell einfach bestimmt wützig für euch anhört. Und ich baue hier total Scheiße zusammen. Was mache ich denn? Wir müssen da oben drauf. Oben drauf, oben drauf, oben drauf. Drauf, oben drauf, oben drauf. Äh, so. Ja. Speed up, 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 speed, 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 speed up. Wir bauen hier mit speed up, mit speed up, mit speed up. Speed, 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 speed up. Speed, speed up, speed, speed up. Yo, speed up! Mit voll viel speed up und so. Speed up, und yeah. Für euch kommt wahrscheinlich immer so blablabla... Speed up. Speed up. I'm in space. Achso, oh nein, ich hatte zwar... Ne, ihr kennt es ja nicht. Gut. Wahrscheinlich habt ihr da bei jemand anderen Portal 2 angeschaut. Achso, jetzt würde mich jemand meinen Portal jetzt Player anschauen. Wieso rede ich jetzt hier darüber? Also, ich weiß, dass ihr es anschaut, aber als hätte, wüsste jemand noch nicht das Ende von Portal und schaut mein Portal-Let's-Play an. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Schauen wir uns doch eh alle wieder bei Alligator, Emiro, Headdy-Key, German-Let's-Play. Wer macht's noch? Komm, jeder macht's. Colt-Nervo macht's bestimmt auch. Jeder spielt Portal. Mr. Morgame. Mr. Morgame hat einen Multiplayer gemacht. Okay, der zählt nicht. Macht er einen Singleplayer? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, jetzt rede ich über Mr. Morgame. Jetzt krieg ich wieder Tausend beim Kommentar von ihm. Ich bin so toll. Also, dass er toll ist, nicht ich. Dass ich toll bin, das weiß ich. Und ich rede hier im Speed-Up. Voll cool. Ich kann hier auch dann so als 50... Das wird mein 150-Abonnenten-Special. Ihr dürft diese Aufnahme ohne Speed-Up hören. Ich habe so wie so der krankste Spasti der Welt vor mich Geräusche. Und so. Das ist ja auch voll so spannend und so. Das interessiert auch jeden. Da fällt die Oma gleich aus dem Klappstuhl. Ich bin im Ero. Ach, das habe ich auch als Ohrworn wegen dem Livestream von D-Cat. So viele Sachen, die ihr nicht versteht. Schön. Und ich bring sie hier. Also... Äh, okay, es geht der Speed-Up. Alles klar, nicht auf dem Speed-Up schießen. Schieben. Gleich ist meine Festplatte wahrscheinlich voll. So, wie sieht ein ganzer Schmein jetzt aus? Äh, fliegen. Fliegen. Dass es eine Rauten-Form bekommt, muss ich das Ganze ca. noch 10 Reihenhöhe ziehen. Hm. Na gut. Zack, 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 zack. Nein. Moment, Moment, Moment. Denkfehler. 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 So wird das nie ein Plumbob. Shit. Shit. Äh. Gut, dann reißen wir eben alles nochmal ab. Ab hier gibt es Hyper-Megaspeed am 1000%. Ach Gott, ich will... Äh. Fail. 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 Noch mehr Fail. Ultra Fail. Jetzt auf 400 reinzubauen. Oh Gott. Ja, herrlich. Herrlich. Das wird meine Abonnentenzahlen in die Höhe reißen. Ich baue was auf und baue es wieder ab. In derselben Folge. Wahnsinn. Jetzt könnte ich auch ganz langsam reden. Und ich würde trotzdem nichts verstehen. Ist das nicht toll? Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Hm, wenn ich jetzt ganz langsam den Yan-Cat mache. Wie hört das sich dann auf Hyperspeed an? Ich frage mich wirklich. Okay, machen wir es sich ganz langsam. Ja, das ist viel zu schnell. Aber ich kann es nicht so langsam fangen. Ich kann es nicht so schnell. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Egal. Hm. Hm. Ja, ähm, äh, ich bin hier der, äh, Mr. Funkroyal, und meine lieben Abonnenten Pupsilandchen, ihr dürftet auch hier auch gerne mal zusehen, wie ich hier ein paar Wollblöcke wegschlage. Ja, machen wir alle Let's Player noch. Wir haben ja, ähm, auf keinen Fall nichts, äh, Besseres zu tun. Äh, total. Öpidöp, ich schlage, äh, Wollblöcke weg. Öpidöpidöp. Das ist zu aufregend. Öpidöp. Uppidupidup. Dort habe ich auch schon die Käsebart. Jetzt, jetzt, bring ich hier alle Let's Player ein, oder? Ich bin ein Wollblöck, ich brenne. Schön. Wenn ich es sich im Speedhub anhabe, ist es wahrscheinlich so voll alienhaft. Ähm, da geht mein Hals gleich zu. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Zombie, denkfehlerzock. Ich glaube, diese Aufnahme würde ich nie, nie, unbeschleunigt zeigen. Oder vielleicht doch. Wenn ja, dann seht ihr sie gerade. Und ihr dürft euch einen toten Affen drüber freuen. Ja, ich werde es nochmal, äh, langsam, eine langsame Version davon hochladen in 360p. Ah, aber du Ewigkeitengefasel, lauter Müll. Purer Scheißdreck. Zombie privat. Wenn er nicht gerade professionell wirken will, was er eh nicht ist. Voll der Lammesack. Den mag doch eh keiner. Ha, ich darf sogar selbstkritisch sein, weil ich nicht sicher bin, ob ich es zeige oder nicht. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Hey, ich habe einen halben Tag nicht mehr Ozu gespielt. Ich weiß, was ich nach der Aufnahme mache. Ozu spielen. Ozu, Ozu. Will jemand gegen mich Ozu spielen? Ich bin schlecht. Könnt ihr mich fertig machen? Dann können die sagen, hey, ich habe Zombie fertig gemacht. Hey, hey. Und sonst eine Million Mal auf meinem Kanal posten. So. Langsam haben wir uns auch erreicht. Aber es wird weiter Speedup gemacht, weil wir das Ganze jetzt erst mal neu aufbauen dürfen. Na, mach mir die Reihe auch noch weg. Tadaa. Jetzt auch mal neu aufbauen, weil ich die falsche Höhe gemacht habe. Alles zwei Kästchen nehme ich. Meine Güte. Das wird ja herrlich. Wir bauen Erde hin. Wir bauen. Aber nicht jetzt. Sei nicht wieder so dumm, Zombie. Mach nicht dieselben Fehler zweimal. Sonst kriegst du Digimon gegen den Kopf geworfen, Zombie. Ja, ein Digimon. Ein hartes. Irgendein aus Stein. Gibt Digimon aus Steinen? Ja, ich glaube, es gibt dieses eine Digimon. Es hat eigentlich aussieht wie Kleinstein. Pokémon kenne ich besser. Ach ja, singen wir hier jetzt noch ein bisschen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Bip, 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 ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich straffe durch das ganze Land. Ich suche weit und breit. Das Pokémon, um zu verstehen, was dir diese macht wohl leid. Äh, ja. Total. Wir sind nicht gestört. Nein, auf keinste Weise. Wir sind ultra cool. Und reden lauter. Scheiße. Jetzt reimt sich das auch noch. Ich kann auch den Epix-Sex geil machen. Aber mein Hals ist viel zu sehr zu. Also ich fühle mich echt schon langsam ein bisschen zufrieden, wenn ich weiß, dass ich die Aufnahme... Ich werde sie veröffentlichen. Irgendwann. Irgendwann. Und vielleicht macht sich ja jemand die Mühe und slowt mein Speedup da und um dann... Ich gucke meine coolen... Das wäre ja so geil. Wenn es an einer mich so labert, hört hier so... Ey, du... Vor allem wieder letzte. Ach, wenn sich jemand die Mühe macht, sollst du mir aber... Habe ich schon wieder den Fehler gemacht? Nee, oder? Nee, nee, ich weiß nicht. Nee, habe ich nicht gut. Äh. So, warte. Wenn ich jetzt dann die zwei Reihen habe, dann kann ich wieder nach innen bauen, hoffe ich. Halbe Stunde hier an dem scheiß Teil hier rumzubauen. Glaub's nicht. Ich werde das nicht von innen einrichten. Ah, jetzt sieht es schon aus nach so einem Sims-Dings. Aha. So, machen wir das aber drei Reihen hoch. Ach, scheiß drauf, dann haben wir eben noch eine runde im Kreis. Bam. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Jetzt darf ich überall in die Erde, darf ich dann auch irgendwann noch rausschaufeln, hier komplett. Bzw. muss ich sie wahrscheinlich gleich eh schon rausschaufeln, wenn mir dann die Erde ausgeht. Dann schaufeln wir sie doch jetzt schnell noch raus. Ich will ein Special-Gest irgendwo sein. Los, irgendein bekannte Let's Player, der gerade diese Folge abschaut, diese Special, lade mich in einen Skype-Confi ein und spiel mit mir irgendwas cooles. Ich will Aufmerksamkeit. Yay, Fame-geil! Nein. Ich bin so ein Fame-geil wie eine Kartoffel. Oh, klar, das ist eine Kartoffel. Ja, genauso wie ich, äh, diese Riesen-Kartoffel und sowas gebaut habe und dann alle auf einmal ankomme. Hä, das hast du ja nur wegen Portal 2 gebaut. So, ja, ich wusste schon bevor Portal 2 rauskommt, dass eine Kartoffel cool sein wird. Mhm. Von unserem Balkon wird es ziemlich seltsam aussehen. Hurra! Ich zeig's dann auch gleich nochmal mit einem schönen... Abwieso rede ich überhaupt? Ach, egal. Ich zeig's dann auch gleich nochmal mit einem anderen Texturen-Package, da wo die Farben vielleicht ein wenig deutlicher sind. Weil es ja eigentlich sehr knallig ist, Grün. Aber das liegt am Texturen-Package. Mach ich's eben irgendwann selber mal privat hier, ändere ich wieder das Texturen-Package. Hab's hier eh schon... Nein, hab's nicht umgenommen. Nein, ich hab's nicht Zombie-Craft genannt. Nein, warum sag ich sowas? Also, pff, als sollte ich. Jetzt würde ich hier Texturen-Packages umnennen und mich privat zuschneiden. Nee, nee, ich hab hier nicht die Fenster getauscht. Nee, 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 nee. Kein bisschen. Meine Nase juckt. Ach, jetzt nicht mehr. Ach, jetzt nicht mehr.